Game of Bike zweite Runde. Moritz Nussbaumer, Christopher Sturm, auch Zotti genannt. Und das hat es schon mal gegeben und zwar in Kaldenkirchen, einen der besten Skateparks hier am Niederrhein. Und jetzt sind wir in einem noch besseren Indoor Skatepark, der heute für eine private Session für BMXer freigegehen ist. Secret und Exclusive. Stay tuned. Packs da über die Quarter rüber. To fake it. Schwach angefangen, stark nachgelassen. Perfekter Start, oder? Ja. Machen wir Double Down Rail. To Manual. To Nose Pass to Fake it. Ah, wild. In dem Channeling da. Das muss so nah, ne? Hm. Okay. Ich fahr da auf der gelben Linie, hier rechts unten, auf die Hip zu. Nur auf der gelben Linie. Und ganz am Ende darfst du erst eine Kurve machen. Und dann machen wir dann ein 3er ins Flat. Okay. Double pack soft 180. To Fake in off a Kankan. In der Quarter. Ooh, baby, no! Ooh, baby, no! Ja, nichts gelaufen, ne? Also, ein Pack ist hart und eine IT da raus. In die Richtung. Ah, okay. Willst du nicht? Nee, aber ich würde ein Double Pack zu 9 das Rail hoch machen. Okay. Das muss die U-Rail fahren, gar keinen Bock. Lass mal da über diese Quarter schräg rüber zum Downside Ice probieren. Die kleine? Nee, die oben drüber. So, als über die kleine Quarter rüber. Oppo-Wip aus der Bank. Ja, das hat gesagt. Ab der Nacht, der bei Frank macht. Ja, das geht gerade. Mhm. Er fly uns mal erst prinziplich. Boah! Sehr geil. Boah, das wäre echt nice. So dumm. Ich muss sagen, switch whip in die Bank jetzt. Wenn ich schon scheiße laber. Mach's jetzt oder? Da wird schon. Ja, komm, ich probier's mal. Ah, nee. Da ist das weh getan haben, Alter. Ah, ist nicht offen. Top. Hier sind 3 aus der Bank rüber ins Flat. Hast du einen Coaster? Nee, diesmal nicht. Cool. Dann probier mal was für einen Ben-Dos. Einen Tail-Tap-To-Fakey da hinten oben. Weil das ja mit dem Ray so gut geklappt hat. Machen wir Up-Ray-Turn-Down. Geil. Ich hab überhaupt keine Lust da hochzugrinden. Wirklich nicht. Und Turn-Downs. Will sich, glaub, keiner angucken. Weil du da jetzt nochmal hochgegrindet bist, mach ich jetzt auch den Bar-Spin in den Grind. Und OPPO-Bar-Spin raus. Also Bar-Spin, Packs, OPPO-Bar-Spin. Toll. Nee, mach ich nicht. So gut kann ich halt nicht, ey. Oder generell gar nicht, ey. So ein Oppo-Down-Dotay-Tap. Das ist was Gutes. Habe ich noch nie gemacht, aber ist gut. Oh mein. Das probiere ich nicht mal. Äh. Ich hab gesagt, äh. Äh, äh. Matchball. Matchball. Advantage. Machen wir einen 180 Bar-Spin. Da, aus der Bank raus. Über die Ledge. Hinten raus. So, oder seitlich. So seitlich, aber hinten raus. Schon weit, ey. Schön brav mit den Helmchen hier. Habt ihr super gemacht, Jungs. Ja. Das war die Runde 2. Game of Bike. Jetzt steht's 1 zu 1. The winner of today. Moritz Nussbaumer. Fucking well played. Wir freuen uns auf Runde 3. Well played.